Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 38 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 750 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020